Hallo und herzlich willkommen bei Bautz Sports Deck. Es freut mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Zur Phoenix 8 habe ich ja bereits einige Videos gemacht. Ich habe euch die ganzen Neuerungen gezeigt und wir haben uns die Pulsmessung, GPS-Messung etc. angeschaut. Heute vervollständigen wir aber die Serie und zwar mit einem Blick auf die Phoenix 8 Solar. In diesem Video werde ich jetzt aber nicht noch einmal alle neuen Funktionen erklären. Wer mehr dazu erfahren möchte, kann sich gern mein Testvideo zur Phoenix 8 AMOLED anschauen. Heute geht es vielmehr um das MIP-Display, seine Vor- und Nachteile, die Unterschiede zur Phoenix 8 mit AMOLED und meine Erfahrung mit der Akkulaufzeit. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Die Phoenix 8 Solar gibt es in zwei Größen, 47 und 51 mm, jeweils in zwei Farben, und zwar schwarz-karbongrau und Naturtitan mit gelbem Band. Der Preis für die 47 mm Variante beläuft sich auf 1099,99 Euro, die 51 mm Version kostet 1199,99 Euro. Hervorzuheben ist hier auch, dass es nur Titan-Varianten gibt, Edelstahl gibt es nicht, beziehungsweise gibt es auch, so wie bei der AMOLED-Version, keine 43 mm Variante. Meine Variante hier ist die 51 mm Version in schwarz mit Lünette und Rückseite aus Titan. Sie ist 15,4 mm dick und wiegt 95 Gramm. Der Bildschirm ist ein 1,4 Zoll großes MIP-Display mit einer Auflösung von 280x280 Pixel. Ein besonderes Highlight ist der neue Solar Ring, den sieht man hier und über den werde ich euch gleich etwas erzählen. Zusätzlich hat die Uhr einen Dual-Band-Chip, der alle gängigen Satellitensysteme unterstützt, das heißt GPS, GLONASS, Galileo, QZSS und Baidu. Und auf der Rückseite befindet sich der Elevate Generation 5, der erfahrungsgemäß für präzise Herzfrequenzmessung sorgt. Wie bereits angesprochen, verfügt die Phoenix 8 Solar über einen neuen Solar Ring. Früher war es so, dass der Ring eine Effektivität von 100% hatte und das restliche Display, also über das komplette Display hinweg, noch eine weitere Solarschicht war, der aber nur eine ganz geringe Effektivität aufwies. Jetzt gibt es diese zusätzliche Schicht über dem Display nicht mehr, jetzt sorgt nur der Ring für die Einspeisung, das hat aber den Vorteil, dass die Ablesbarkeit dadurch verbessert ist. Zusätzlich sieht man, dass der Ring jetzt nun schwarz ist und nicht mehr diesen rötigen Stich hat. Das hat den Vorteil, wenn ich die Uhr jetzt dann so halte, dass das Ganze viel besser mit dem restlichen Display verschmilzt. Der Ring ist auch wirklich effektiv, so konnte ich bei einem Test, bei dem ich die Uhr eine Stunde in die Sonne gelegt habe, 1% Akkuladung gewinnen. Das bedeutet, dass der Solar Ring den Akkuverbrauch deutlich verringert, beziehungsweise die Uhr sogar ausladen kann, wenn sie ausreichend Sonnenlicht bekommt. Insgesamt schafft er bei optimaler Sonneneinstrahlung eine Einspeisung von bis zu 250%. Die Garmin Fenix 8 Solar nutzt im Gegensatz zur AMOLED-Version ein MIP-Display. MIP steht für Memory in Pixel und bezeichnet transflektive Displays. Diese leuchten selbst nicht, sondern nutzen das Umgebungslicht, um den Bildschirm zu beleuchten und sind besonders gut ablesbar, wenn sie direkt aus Sonnenentstrahlung ausgesetzt sind. Ideal also, wenn man viel draußen unterwegs ist. Im Vergleich zu anderen Display-Technologien sind sie im Allgemeinen energieeffizienter, weil sie keine Hintergrundbeleuchtung brauchen, um unter normalen Lichtverhältnissen gut ablesbar zu sein. Je großer Vorteil ist also, je heller es draußen ist, desto besser ist die Ablesbarkeit. Zusätzlich bleibt das Display immer an, so hat man seine Daten immer im Blick, ohne dass das Display Strom zieht oder aufdringlich wirkt. In dunklen Umgebungen kann man die Hintergrundbeleuchtung aktivieren und bei der Fenix 8 Solar lässt sich sogar dessen Intensität in verschiedenen Stufen einstellen, die Aktivierungsdauer auswählen oder aber man kann die Uhr auch so konfigurieren, dass sich das Licht erst nach Sonnenuntergang aktiviert und nicht untertags unnötig Strom zieht. Einen Vorteil gibt es auch, wenn man die Uhr beim Radfahren zum Navigieren nutzt. Durch das immer eingeschaltete Display hat man jederzeit die Daten oder die Karte im Blick. Es wird nichts gedimmt oder abgeschaltet. Und wenn es mal dunkel wird, kann man immer noch die Hintergrundbeleuchtung nutzen bei der Fenix 8 Solar, auch ohne zeitliche Begrenzung. So eine ganz kurze Unterbrechung. Falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat und du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Like da lassen würdest bzw. wenn du auch zukünftig keine Videos verpassen möchtest, dann kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ich sage herzlichen Dank und schon geht es wieder weiter mit dem Video. Natürlich gibt es auch Schwächen. Das MIP-Display, der Fenix 8 Solar, hat nur 65 Farben und eine Auflösung von 280x280. Ihr AMOLED-Gegenstück kann bis zu 65.000 Farben darstellen und besitzt mit 454x454 Pixel auch eine wesentlich höhere Auflösung. So ist das Menü bei der Uhren im Prinzip das gleiche, Farbverläufe oder Hintergrundgrafiken gibt es aber auf der Solar Fenix nicht. Auch die Kartenderstellung ist mit AMOLED-Displays detaillierter und besser abzulesen, da die kräftigen Farben eine Orientierung erleichtern. Die höhere Detailstufe hat aber auch einen Nachteil, so bauen sich Karten bei der Fenix 8 Solar schneller auf als auf der Fenix 8 AMOLED. Natürlich kann man über die Vor- und Nachteile beider Technologien so viel diskutieren, wie man möchte. Letztendlich hängt es von der persönlichen Präferenz ab. Vielen ist das AMOLED-Display einfach zu aufdringlich. Sie wollen nichts, was am Arm leuchtet und bevorzugen die subtile, unaufdringliche Art eines MIP-Displays. Andere wiederum können die blassen, verwaschenen Farben nicht mehr sehen und bevorzugen die kräftigen, kontrastreichen Farben eines AMOLED-Displays. Und vor allem, wenn man etwas älter wird und die Augen nicht mehr so ganz gut sind, dann ist das AMOLED-Display definitiv besser abzulesen. Aber wie bei so vielen Dingen im Leben ist halt alles nur eine Frage des persönlichen Geschmacks. Die Fenix 8 Solar bietet je nach Einstellungsart wirklich beeindruckende Akkulaufzeiten. So soll sie im Smartwatch-Modus bis zu 30 Tage schaffen, mit Solarladung sogar bis zu 48 Tage. Im GPS-Modus schafft sie 95 Stunden bzw. 149 Stunden mit Solarladung. Möchte ich bei der Uhr den besten GPS-Empfang, so muss ich alle Satellitensysteme und Multiband aktivieren. In diesem Modus schafft die Uhr 52 Stunden bzw. 65 Stunden mit Solarladung. Und wer z.B. mehrtägige Touren plant und keine Möglichkeit hat, die Uhr aufzuladen, kann mit dem Expeditions-GPS-Modus sogar bis zu 50 Tage bzw. bis zu 118 Tage tracken. Mit Solarladung bedeutet übrigens, dass von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen wird. Das sollte aber an sonnigen Tagen, selbst im Herbst oder Winter, erreichbar sein. Ich trage die Uhr jetzt seit 9 Tagen und habe mir die 8 Stunden und 30 Minuten an GPS-Aktivitäten aufgezeichnet bzw. war auch 2 Stunden im Fitnesscenter. Aktuell habe ich noch 43% Akku. Das heißt, mit dieser Nutzung, die durchaus intensiv war, komme ich auf eine Akkulaufzeit von 16 Tagen. Wie sieht der Akkuverbrauch bei GPS-Aktivitäten aus? Während eines fast 6-stündigen Laufs, bei dem ich durchgehend die Navigation- und Kartenseite verwendet habe, lag der Akkuverbrauch bei 2,43% pro Stunde. Das würde eine maximale Laufzeit von 41 Stunden bedeuten. Wenn ich keine Navigation verwendet habe und nur die Datenseite offen hatte, lag der Akkuverbrauch bei etwa 1,5% pro Stunde. In den letzten Wochen habe ich euch bereits einige Beispiele zu GPS- und Pulsmessung der Phoenix 8 präsentiert. Für das heutige Video habe ich aber noch zwei Beispiele mitgenommen. Hier zuerst das Beispiel zur Pulsmessung. Das war ein fast 6-stündiger Lauf, mit dabei die Phoenix 8 Solar sowie die AMOLED-Variante, die ich mit dem Brustgurt gekoppelt habe. Der Teil in der Mitte kann übrigens ignoriert werden, da habe ich die Uhr pausiert, um wieder Energie zu tanken. Trotz der langen Aktivität und den häufigen Pulsschwankungen gab es zwischen dem Pulsmesser der Uhr und dem Brustgurt fast nur Beeinstimmungen. Hier und da gab es mal kleine Unterschiede, aber unterm Strich lagen die Werte beim Durchschnittspuls nur 0,7 Schläge auseinander. Und nun ein Beispiel zur GPS-Messung. Auch hier schauen wir uns diesen langen Lauf an, da ich dabei sehr viele Daten sammeln konnte. Wie man sieht, ist die GPS-Messung der Uhr bei freier Sicht ausgesprochen genau und ohne Probleme. Im Wald trifft die Messungen manchmal etwas auseinander, finden dann aber wieder zusammen. Bei beiden Uhren habe ich satte Q verwendet, hier entscheidet die Uhr sozusagen, wann sie den Dualband-Modus aktiviert und wann nicht. Ich vermute, dass die Uhren dabei oft zeitversetzt agiert haben, was die immer wieder auftretenden Unterschiede in der Messung erklären könnte. Die Phoenix 8 Solar ist eine tolle Sportuhr, die speziell Autofans und Sportlern alles bietet, was man sich wünscht. Das MEP-Display ist bei direkter Sonneneinstrahlung super abläsbar und die Akkulaufzeit dank des neuen Solarings und der energiesparenden Technologie wirklich gut. Ob man sich die Phoenix 8 Solar oder die Phoenix 8 AMOLED holt, hängt von der persönlichen Vorliebe ab. Will man eine dezente, energieeffiziente Uhr, dann ist man bei der Phoenix 8 Solar sicher bestens aufgehoben. Möchte man hingegen lebendige Farben und mehr Details, dann ist man wahrscheinlich bei der AMOLED-Variante besser aufgehoben. Wie steht ihr zu beiden Technologien? Wollt ihr lieber ein MEP oder ein AMOLED-Display? Schreibt mir doch eure Meinung in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren. Ich bin auf jeden Fall am Ende meines Videos angekommen, ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen, ich wünsche euch alles alles Liebe, bleibt großzeitig gut. Bis zum nächsten Mal.